Luka Doncic, Cameron Reddish, Yannis, Kristaps Das wirst du schwenken, ich glaube an dich Ein Ardene in NBA, also Ardene anscheinend Ich möchte das Game starten, was passiert, ich werde zurück im Menü gesetzt Und jetzt lädt es ein Menü weg Das war ein Sieg Was? Ja, dann hat er im Ladescreen gequittet Hat meinen Namen gesehen und hat gequittet Ja, Team wahrscheinlich, du hast ja ein klasse Team, du hast Das Jagd-Team Er hat nur nicht mal mein Team gesehen Ich habe ihn gefunden, dann was Vielleicht hat er auch den Bug mit dem Bluescreen, das kann auch sein Das kann auch sein, ja Dallas Luka Magic heißt sein Team Drück bleiben, den wir klatschen jetzt Die alte dänische Drexer Bis gleich Die alte dänische Drexer Bitte die Schnau... Oh mein Gott, ich hätte nichts sagen dürfen Alle ruhig sein bitte, ich muss mich jetzt echt konzentrieren Ich habe da echt keinen Bock, das jetzt zu verlieren Ich bin jemanden noch verschieden, ich hätte nichts sagen dürfen, das jetzt in der Mitte ist Und ich hätte nichts sagen dürfen, das jetzt in der Mitte ist Ich vermute die Schnauze, die, ich möchte mich jetzt nicht anfangen Ich kann nicht anfangen, auskangen, dass die 126-Gellmähne sind Ich bin jetzt in der Mitte ist und die 204-Gellmähne sind Ich bin jemanden des 305-Gellmähne sind Ich bin jemanden des 305-Gellmähne sind Oh mein Gott. Tracey, Tracey, let's go. Tracey, Tracey, let's go. Let's go, Tracey. Tracey, let's go. Wow, verrückt. Come, Tracey. Yes. Let's go. 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 Let's go.